Was ist der König von Frankreich? Der Maler Rigaud hat dieses Paradebildnis im Jahre 1701 gemalt. Nun siehst du den mächtigen Sonnenkönig vor dir. Der König möchte mit diesem Bild zeigen, wie viel Prunk, Pracht und Macht sein Königreich hat. Aber wo ist denn seine Krone geblieben? Kannst du sie finden? Ein König besitzt sogenannte Königsinsignien. Das sind Gegenstände, die zeigen, dass er ein König ist. Zum Beispiel wären das eben die Krone, das Zepter oder das Schwert. Aber auch der riesige Mantel gehört dazu. Erinnerst du dich an das Porträt der Dame mit Hermelin von Leonardo da Vinci? Da haben wir ein süßes, kleines Tierchen kennengelernt. Das Hermelin, auch Wiesel genannt. Der weiße Mantel mit schwarzen Tupfen wurde aus dem Hermelin-Fell gefertigt. Er ist sehr wertvoll. Darum durfte er nur von Königen oder hohen Kirchenleuten getragen werden. Die Außenseite des Mantels ist mit blauem Samt belegt. Blau ist die Farbe der Könige. Auf dem Samt sind goldene Linien gestickt. Die Lilie ist das Symbol des französischen Königshauses. So können wir erkennen, dass es sich hier um den französischen König handeln muss.